Das ist nur vorübergehend. Wie vorübergehend? Verlieferung noch und das war's. Wir fahren irgendwo hin, wo uns niemand finden kann. Hey, sei nicht so neugierig. Was macht der da? Der knallt Hausen ab. Also ich glaube ja eher, dass der Kerl auf Meth ist. Nein, der ist kein Meth halt. Er zielt dafür zu gut. Hey Nachbar, ich hab ein paar Bierchen für uns. Klar kommen Sie ran. Hi, freut mich. Mich auch. Ich bin Rosie. Hier in der Gegend kommt es selten vor, dass wir so eine hübsche Frau sehen. Rosie? Sie haben ja nicht zufällig so innerhalb der letzten Stunde Rosie vorbeikommen sehen, oder? Hübsche Frauen. Die brechen einem jedes Mal das Herz. Lassen Sie mich frei. Abgelehnt. Halten Sie sich an die Anweisung. Hier kommt keiner wieder raus. Hübscheen. J pendulum. Grechen dich. Und Ms.